Joel Tevila, 0-1 gegen Eintracht Braunschweig. Wie bitter ist so eine Niederlage heute? Das ist heute eine sehr, sehr bittere Niederlage. Wir haben uns fest vorgenommen, heute hier im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Sieg hier vorm Platz zu gehen und das Spiel erfolgreich zu gestalten. Das ist uns heute leider in Stellung und das ist in der Situation leider sehr, sehr bitter. Ihre Kollegen haben schon gesagt, in der zweiten Halbzeit ging nicht mehr viel. Was war da los? In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit, glaube ich, das war der Knackpunkt. Da haben wir nicht mehr das umgesetzt, was wir in der ersten Halbzeit so gut gemacht haben, mit dem Pressen, mit dem Druck und das konnten wir einfach da nicht so transportieren in der zweiten Halbzeit oder speziell in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit und das ist leider dann die spielentscheidende Phase gewesen. Beim 0-1 Gegentor waren Sie ganz nah dran. Wie haben Sie die Szene erlebt? Ja, ich habe es gerade auch noch mal gesehen. Der spielt den Ball dann scharf rein von unserer rechten Seite und ich konnte das auch in der Einstellung nicht wirklich erkennen. Ich konnte das nicht sehen oder erkennen. Auf jeden Fall versuche ich da irgendwie den Ball noch von unserem Tor fernzuhalten. Dadurch, dass hinter mir noch ein Gegenspieler ist. Das hat leider nicht gereicht. Was muss jetzt passieren, dass es noch einen persönlichen Jahresabschluss in Rostock gibt? Ja, was da passieren muss. Dann müssen wir einfach das, was wir in der ersten Halbzeit, was heißt einfach, also so einfach ist es ja dann leider doch nicht. Das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben oder so aggressiv wie wir das Ganze gestaltet haben, dass wir das einfach über 90 Minuten transportieren. Und das ist, glaube ich, unser Problem heute gewesen. Vielen Dank.